Fitness mit Marc, Folge 150 Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de Viele von den Menschen, die diesen Podcast hören, fragen mich regelmäßig nach Tipps Marc, du empfiehlst ja immer Audible, du sagst, du hörst selbst Hörbücher, hast du denn nicht ein paar Tipps für mich? Heute bekommst du diese Tipps Ich habe dir elf der besten Hörbücher zusammengestellt, meiner Meinung nach die dir einen unfairen Fitnessvorteil verschaffen können Ja, heute geht es um einen für viele wenig bekannten Weg, um nackt gut auszusehen Es sind Hörbücher und am besten natürlich die besten Hörbücher Worte sind wie Magie, die können deinen Körper transformieren Warum ist das so? Nun, weil Worte an der Ursache ansetzen Denn es ist doch so, dass jeder guten Tat immer ein guter Gedanke vorausgeht Neue Ideen führen zu neuen Denkweisen Neue Denkweisen führen zu neuem Verhalten Und neues Verhalten führt zu einem neuen Körper Hörbücher sind ein exzellenter Weg, um neue Ideen zu tanken Meine These ist, dass die besten Hörbücher schlank und stark machen Das gilt natürlich genauso für gedruckte Bücher Mit einem Unterschied Du musst dir die Zeit zum Lesen meist nehmen Aber die Zeit zum Hören, die hast du jetzt schon Ich will dir zu Anfang erstmal die Geschichte erzählen, wie ich überhaupt angefangen habe, Hörbücher zu hören Und warum du es mir vielleicht nachmachen solltest Hörbücher? Noch mit Mitte 20 dachte ich dabei an alte Hörspielkassetten, die ich in meiner Kindheit gehört habe So wie Huibu oder die unendliche Geschichte oder andere Hörspiele Ja, bis ich dann irgendwann mal Thomas kennengelernt habe Thomas war ein paar Jahre älter als ich Oder er ist immer noch ein paar Jahre älter als ich Und er schien den Erfolg förmlich anzuziehen Er lief den Marathon in unter drei Stunden Und hatte es innerhalb von zehn Jahren vom Realschulabschluss Zum Geschäftsführer einer Reederei geschafft Ja, den Posten hat er jetzt heute inne Und mich hat seine Zielstrebigkeit immer fasziniert Hast du einen Trainingstipp für mich? Das habe ich ihn gefragt Vor gut zehn Jahren Und damals trainierte ich gerade auf den Marathon in Hamburg Und er antwortet mir Hör diesen Audiokurs von Brian Tracy Der war eine ziemliche Erleuchtung für mich Und als er das sagte, da war ich zuerst mal skeptisch Denn als ich mir diesen Kurs angesehen habe Habe ich festgestellt, dass es eigentlich gar nicht um Training geht Sondern es geht ja ganz generell um Erfolg Doch die These, die Tracy hat, ist faszinierend Er sagt, die Struktur von Erfolg ist immer die gleiche Egal, ob es dir um Training, um Fett abbauen Um beruflichen Erfolg oder um Partnerschaft geht Um die Geschichte kurz zu machen Thomas hat mir nicht zu viel versprochen Brian Tracy war für mich ein ziemlicher Game Changer Und seitdem liebe ich Hörbücher Vor einiger Zeit wollte ich mal wissen, ob es anderen Dranbleibern auch so geht Und habe dann auf Facebook gefragt Ja, an die Hörbuch-Junkies unter uns Warum liebst du Hörbücher? Erledigst du Dinge nebenher, während du lauscht? Und was machst du denn so nebenher? Als ich diese Frage gestellt habe, habe ich festgestellt Dass ich offenbar nicht der Einzige bin, der auf den Geschmack gekommen ist Denn auf Facebook sind ganz schön viele Leute, die auch Hörbücher hören Und nebenbei sauber machen, Fahrrad fahren Viele machen sogar Sport, so wie vielleicht du auch im Moment gerade Viele Podcast-Hörer hören diesen Podcast beim Sport Ja, und mit Hörbüchern ist es ganz ähnlich Warum sind eigentlich Hörbücher so praktisch? Ist dir schon mal aufgefallen, dass Lesen auditiv ist? Die meisten Menschen lesen sich einen Text vor Auch wenn sie mit geschlossenen Lippen im Sessel sitzen oder in der U-Bahn Und zwar, achte mal drauf, mit ihrer inneren Stimme Sie lesen sich selbst vor Und so gesehen ist ja jedes Buch ein Hörbuch Mit einem Unterschied Beim Hörbuch entfällt das Dekodieren des Textes Dein Gehirn muss die Buchstaben nicht mehr ins gesprochene Wort umwandeln Das funktioniert beim Lesen natürlich unterbewusst Aber es kostet dein Gehirn ein bisschen Zeit oder ein bisschen Energie Deswegen kostet das Hörbuch hören meist weniger Konzentration Und du kannst wunderbar Dinge nebenher machen Und das ist auch schon ein unfairer Vorteil von Hörbüchern Du kannst Hörbücher also nutzen, um zu entspannen Oder um deine Fitness auf ein neues Niveau zu heben Und hier sind weitere Vorteile, die ich dir kurz mit an die Hand geben möchte Erstens, du tauchst ein Denn die besten Hörbücher können einen Text für dich auf einzigartige Weise zum Leben erwecken Einige Geschichten entfalten mit verschiedenen Sprechern, mit Musik und mit Geräuschkulisse Eine ganz eigene Magie Und das gleiche gilt natürlich für ein Hörbuch Das von einem professionellen Sprecher oder gar von dem Autor selbst vorgetragen wird Wer einen Text wirklich lebt, der kann Timing, Rhythmus und Intonation perfekt vermitteln Ja und wer könnte einen Text besser leben als der Autor selbst? Deswegen liebe ich Hörbücher, die von den Autoren selbst vorgelesen werden Vorteil Nummer 2 Du saugst das Ganze auf Denn, ich hab's eben schon erwähnt, beim Lesen muss dein Gehirn zuerst die Schriftzeichen dekodieren Und in Sprache umwandeln Und das kostet etwas Energie und Konzentration Für die Informationsverarbeitung im Gehirn ist es aber egal, ob du etwas liest oder ob du etwas hörst Daher kannst du einer Routinetätigkeit nachgehen Wie Kochen, Hausarbeit, Autofahren, Flugzeugfliegen bzw. Mitfliegen oder was weiß ich Und nebenher kannst du aufmerksam ein Hörbuch hören Und Vorteil Nummer 3 ist, du schaffst Zeit Und das ist für mich das stärkste Argument Ein Buch kannst du ja schlecht lesen, während du am Steuer sitzt Und der Deutsche verbringt im Schnitt 1,5 Stunden pro Tag am Steuer Im Durchschnitt Das heißt, das sind 7,5 Stunden pro Woche Die du zur Fortbildung oder zur Fitnessfortbildung Oder einfach zum Lesen eines guten Buches nutzen kannst Zusätzlich Und jetzt stell dir mal vor, wie viel zusätzliche Zeit du dadurch plötzlich gewinnst Und nutzen kannst, um deinen Körper zu verändern So, und das reicht jetzt erstmal für die Theorie Denn ich hatte dir ja 11 Tipps versprochen Ich habe dir 11 Hörbücher rausgesucht, die ich selbst gehört habe Die ich gut finde Und von denen ich glaube, dass sie dir unter die Arme greifen können Also 11 Hörbücher, die dein Denken und deinen Körper verändern können Eins wo weg Mein Urteil ist garantiert subjektiv Das sind Bücher, die mich inspiriert haben Und die, teils auch auf vielleicht etwas ungewöhnliche Weise Einen neuen Aspekt einbringen Der dich stärker und schlanker machen kann Und dich mit mehr Gelassenheit oder Zielstrebigkeit Zu deinem Ziel, zu deinem Traumkörper führen kann Ja, am besten hörst du dir meine Tipps mal in Ruhe an Und vielleicht ist einer dabei, der dir gefällt Ich würde den einfach nach Bauchgefühl auswählen Und wenn ein Buch dich anspricht, dann gönnst du es dir Und ja, für die von uns, die ein Audible-Abo haben Die haben vielleicht ein paar Guthaben auf der hohen Kante Viele dieser Bücher findest du bei Audible Und dann kannst du sie dir auch gleich runterladen Mein erster Tipp ist von Dr. Jael Adler Die kennst du, wenn du den Podcast hörst Wir hatten ja eine Folge zusammen Ihr Buch Hautnah Alles über unser größtes Organ Denn die Haut ist ja nun mal ein faszinierendes Organ Die gilt als Spiegel deiner inneren Gesundheit Und wenn es ums nackt gut aussehen geht Dann spielt deine Haut eine ziemlich große Rolle Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt Wie Sport eigentlich deine Haut verändert Welche Ursachen Hautprobleme wirklich haben Wie unsere Ernährung unseren Teint beeinflusst Ob diese ganzen teuren Pflegecremes Und ich finde es wirklich unglaublich Wie viel Geld man in Hautpflegeprodukte investieren kann Sind diese ganzen Produkte eigentlich Geldverschwendung? Was macht die Haut jung? Und was lässt sie jung bleiben? Und wie entsteht Cellulitis? Und was hilft dagegen? All diese Fragen beantwortet Dr. Jael Adler Die ja Hautärztin und Ernährungsmedizinerin ist In ihrem Buch Hautnah Und zwar humorvoll und undogmatisch Ja und es ist auch kein Wunder Dass sie damit ein Bestseller landen konnte Man hört ihr einfach gerne zu Und deswegen ist es ein Gewinn Dass sie ihr Hörbuch selbst vorliest Ja warum hilft es dir beim dranbleiben? Keine Frage Eine gesunde junge Haut ist einfach sexy Und Probleme mit der Haut Sind oft ein Indikator für tiefer liegende Engpässe Das Buch fesselt wie ein Krimi Und gibt dir dabei einen faszinierenden Einblick In die Komplexität unseres größten Organs Ja das Buch kostet knapp 17 Euro Hörbuch ist sogar ein bisschen günstiger 16 Euro als CD Und ja wenn du Audible Abonnent bist Dann bekommst du es sogar ab 4,95 Euro Mein zweiter Tipp ist auch ein Bestseller Trägt den Titel Fettlogik überwinden Und der ist von Dr. Nadja Herrmann Ja die Autorin Dr. Nadja Herrmann Ist eine Verhaltenstherapeutin Und sie hat seit ihrem 18. Lebensjahr Alle möglichen Diäten ausprobiert Trennkost, Atkins Diät, Kohlsuppendiät Alles mögliche Und sie hat festgestellt Dass sie zwar kurzfristig dadurch abnehmen konnte Aber langfristig hat sie immer mehr zugenommen Der berüchtigte Jojo-Effekt hat zugeschlagen Und irgendwann war sie 150 Kilo schwer Und sie sagt Dass sie im Prinzip immer auf der Suche Nach der Wunder-Diät war Die in zwei Wochen den Stoffwechsel komplett umstellt Und in kurzer Zeit bahnbrechende Ergebnisse bringt Tja Langfristigen Erfolg hatte sie dann erst Nachdem sie konsequent anfing Ihre Ernährung zu tracken Auf ihre Kalorienbilanz zu achten Und dann nahm sie innerhalb von zwei Jahren 87 Kilo ab Und jetzt wiegt sie 63 Kilo Und dieses Gewicht zu halten Gelingt ihr seitdem Ja und dann hat sie ihr Buch geschrieben Mit dem Titel Fettlogik überwinden Und darin zerschmettert sie gängige Abnehmmythen Die sie Fettlogiken nennt Das sind ganz einfach unsichtbare Skripte Die viele Menschen daran hindern Erfolgreich abzunehmen Ich bin auf das Buch gekommen Ich mag ihren Schreibstil und ihr Credo Sie sagt egal was du bisher dachtest Natürlich kannst du dich verändern Natürlich kannst du Fett abbauen Und natürlich kannst du Fortschritte machen Und damit bringt sie einen ganz positiven Aspekt Mit ins Spiel Und ich finde das Ganze sehr motivierend Warum hilft dir das Ganze beim dranbleiben Nun wer noch Frust schiebt bisher Weil vielleicht das Abnehmen Trotz aller Anstrengung nicht klappt Sollte einen Moment einfach mal loslassen Und das Buch Fettlogik überwinden Mal hören Für alle die einem der insgesamt 66 im Buch behandelten unsichtbaren Skripte Die da ja Fettlogiken heißen Aufgesessen und in eine psychische Falle getappt sind Kann dieses Hörbuch der Befreiungsschlag sein Fettlogik überwinden ist als Taschenbuch für 10 Euro zu haben Als Hörbuch 21 Euro Oder für Audible Abonnenten ab 4,95 Euro im Monat Nächste Empfehlung ist auch ein Gast Den ich schon hier im Podcast hatte Dr. Iris Zachenhofer Zusammen mit ihrer Kollegin Dr. Marion Reddy Hat sie das Buch Kopfsache schlank geschrieben Wie steuern unsere Gedanken unser Gewicht Ja und die beiden Autorinnen gehen dieser Frage in Kopfsache schlank auf den Grund Das Buch ist eine humorvolle Erzählung ihrer eigenen Geschichte Kombiniert mit wissenschaftlichen Fakten aus dem Fachgebiet der Neurowissenschaft Auf die sich die beiden Autorinnen ja spezialisiert haben Das Ganze ist eine Reise die Iris Zachenhofer zunächst einmal ins Übergewicht führte Aber es gibt ein Happy End Nach vielen gescheiterten Diäten findet sie einen entspannten Weg zur schlanken Figur Ohne Verbote, ohne starre Ernährungsvorschriften Ein Weg der Spaß macht und der sich leicht anfühlt Ihre Lösung liegt auf einer anderen Ebene als die der meisten Abnehmen-Ratgeber Hier geht es nicht um Ernährung per se oder um Training oder irgendwie solche Dinge Sondern es geht um die Ebene deines Gehirns Und der Ansatz dieses Buches ist dadurch auch ein ganz anderer Zum Beispiel als bei Fettlogik überwinden Die beiden ergänzen sich aus meiner Sicht sehr gut Warum hilft dir Kopfsache schlank beim Abnehmen? Nun, wer abnehmen will, der muss sein Gehirn erstmal neu programmieren Deswegen kommt zum Beispiel in der Marktformel auch ganz unten im Fundament das mentale Training Kopfsache schlank, passt da ganz gut rein und hilft dir auf ziemlich humorvolle Weise Und anhand praktischer Beispiele genau das zu tun Und dabei liest sich das Buch nicht wie eine wissenschaftliche Abhandlung, sondern eher wie ein Roman Das Buch kostet 22 Euro Hörbuch ungefähr gleich viel, 20 Euro Bei Audible gibt es das Ganze ab 5 Euro für Abonnenten Die nächste Empfehlung trägt den Titel Achtsam Essen, Achtsam Leben Von Thich Nhat Hanh und Dr. Lilian Chung Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe Dr. Lilian Chung ist Ernährungswissenschaftlerin Und Thich Nhat Hanh ist ein Mönch und Zen-Meister Und die beiden vermitteln dir einen neuen Zugang zum Thema Essen Es geht also in Achtsam Essen, Achtsam Leben nicht darum, was du essen solltest Sondern es geht darum, wie du essen solltest Die These der Autoren ist, wer langfristig schlank sein will Der sollte sich weniger um Diäten scheren Sondern zunächst mal die richtige Einstellung zum eigenen Körper finden Ich mag den Ansatz, denn das Hörbuch weist über verschiedene Arten der Meditation Einen Weg zu mehr Achtsamkeit beim Essen und im Umgang mit Lebensmitteln Und dabei liefern die Autoren unkonventionelle Antworten auf die Frage Welche Aktivitäten dir dabei helfen, deine Motivation und deine Lebenskraft Jeden Tag neu zu stärken und dein Ernährungsverhalten durch mehr Gelassenheit zu verändern Warum hilft dir das Buch beim Dranbleiben? Unternimm jeden Tag etwas, das dir gut tut und das dich stark macht Das empfehlen die Autoren Und mit diesem Plädoyer für mehr Achtsamkeit und mehr Selbstliebe Nähern sie sich dem Thema nackt gut aussehen Fernab vom Fitness Mainstream Auf spielerische Weise Und wer am Thema Meditation interessiert ist Der wird dieses Buch lieben Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat Wird seinen Horizont erweitern Das Buch kostet 20 Euro Als Buch, als Hörbuch 14 Euro Und es gibt es auch bei Audible Meine nächste Empfehlung hat ehrlich gesagt nichts mit Fitness zu tun Es ist ein absoluter Klassiker von dem japanischen Autor Haruki Murakami Nennt sich Hardboiled, Wonderland und das Ende der Welt Das Buch entführt dich in eine Welt der Fiktion Alltagsstress, Probleme, das alles vergisst du Und deswegen liebe ich gute Erzählungen Die sind nämlich perfekt zum Abschalten Murakamis Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt Habe ich vor gut einem Jahr gehört Und der Gedanke an dieses Hörbuch fasziniert mich noch immer Murakami erzählt nämlich eine packende Geschichte Zweier namenloser Protagonisten Die in unterschiedlichen Welten leben Auf der einen Seite das Hardboiled Wonderland Das an das heutige Tokio erinnert Eine Großstadt In der zwei mafiaartige Gesellschaften um die Daten dieser Welt kämpfen Und der Held versucht den Folgen einer Gehirnoperation zu entgehen Und der andere Part des Buches spielt am Ende der Welt Und das ist eine bizarre Stadt Die nur betreten kann, wer seine Seele ablegt Da gibt es weder Zeit noch Erinnerungen Noch Motivation, noch Ziele, noch Zukunft Die Stadt ist von einer hohen Mauer umgeben Die das Entkommen verhindert Und wer in die Landschaft guckt Der findet dort Einhörner vor Und auch hier gibt sich der Held mit seiner Situation nicht zufrieden Und versucht zu entkommen Das Ganze beginnt eher ruhig und langsam Nimmt dann aber immer mehr Fahrt auf Und dabei scheint es so Als wären die beiden Protagonisten auf irgendeine Weise miteinander verbunden Ja warum hilft dir das Ganze beim dranbleiben Nun wenn eine fesselnde Schreibe süchtig macht Dann ist dieses Buch pures Kokain Und ein ziemlicher Trip Auf den du dich begeben kannst Während du nebenbei lästige Routinetätigkeiten abarbeitest Und falls es für dich jemals ein Angang war Sportsachen zu waschen Lebensmittel einzukaufen Gesund zu kochen Oder 10.000 Schritte am Tag zu gehen Mit diesem Buch auf dem Ohr Wird das alles zum Erlebnis Das Buch ist ein Klassiker Ich weiß nicht wann es erschienen ist Aber es ist schon ein bisschen länger her Deswegen kriegst du es auch günstig Als Taschenbuch für 12 Euro Als Hörbuch sogar für 8 Euro Oder noch etwas günstiger Wenn du dir ein Audible Abo holst Mit der nächsten Empfehlung geht es wieder zurück ins Thema Gesundheit Das Thema ist Schlank mit Darm Von Prof. Dr. Michaela Axt-Gardemann Der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit Das hat schon Hippokrates gesagt Und Sport und Fitness sind ziemlich gute Smalltalk-Themen Da kannst du überall drüber reden Auf Feiern oder auch beim ersten Date Darmbeschwerden oder Darmgesundheit hingegen Lieber nicht Anders in der Literatur Dort hat das Thema Darm die Tabuzone verlassen Das ist gut so Denn es gibt inzwischen neue Untersuchungsmethoden Und die haben die Studien ermöglicht In denen Forscher untersuchten Wie Ernährung und Lifestyle Unsere Verdauung beeinflussen Schlank mit Darm Liefert hier einen Überblick Und legt den Fokus auf die Effekte Die unseren Körperbau beeinflussen Zum Beispiel Warum können einige Menschen Bei identischer Ernährung Über 1000 Kalorien pro Woche mehr verwerten Und wie lässt sich das ändern Welche Lebensmittel sind gut für die Darmflora Und welche sind weniger gut Warum kann ein Raucher Der ein schlechter Futterverwerter ist Wenn er mit dem Rauchen aufhört Zum guten Futterverwerter werden Und was kann ein Ex-Raucher Genau dagegen tun Und eine weitere Frage Die im Buch behandelt wird Ist die Frage Wie die Darmflora Die Abwehrkräfte stärkt Um krankheitsbedingte Sportpausen zu vermeiden Und dabei gibt die Autorin Prof. Axt-Gardermann Konkrete Ernährungsempfehlungen Die sich gut ins Konzept Des gesunden Essens einfügen Das du hier im Podcast Von mir bekommst Und vielleicht auch Über mein Buch kennengelernt hast Also wer die Darm-Diät Am Ende des Buches durchziehen will Der sollte allerdings eine Sache beachten Für die meisten von uns Das sind 1000 Kalorien pro Tag Die hier empfohlen werden Viel zu wenig Deswegen ist mein Tipp an der Stelle Rechne deinen Kalorienbedarf Schau einfach wie viel du tatsächlich benötigst Und dann ernähre dich dementsprechend Du kannst gerne die Rezepte die da drin sind Und die Empfehlungen befolgen Aber ruhig ein bisschen mehr Kalorien essen Ja warum hilft dir das Ganze beim dranbleiben Man kann auch mit suboptimaler Darmflora abnehmen Keine Frage Aber das Ganze ist leichter Wenn du deine Darmbakterien in ein schlankes Gleichgewicht bringst Gute Nachricht ist Mit einigen Maßnahmen lässt sich genau das relativ schnell erreichen Und wie das geht verrät die Professor Axt Gardermann in diesem Hörbuch Das Buch kostet als Printbuch 17 Euro Als Hörbuch 16 Euro Und bei Audible gibt es das Ganze auch Meine nächste Empfehlung ist ein Hörbuch auch eines Podcast Gastes Und zwar von Patrick Heizmann Sein neuestes Programm heißt Essen erlaubt Und das Ganze gibt es auch als Hörbuch Wenn wir uns die ganzen Diätbücher da draußen mal anschauen Dann haben die immer irgendwie etwas Stock im Arschiges Vielleicht weil viele Ernährungsmodelle Einschränkung und Verzicht suggerieren Und auch das Ganze oft bedeuten Ja im Hörbuch zu seinem gleichnamigen Bühnenprogramm Essen erlaubt Dreht Patrick Heizmann den Spieß um Er liefert den Beweis, dass ausgewogene Ernährung nicht nur unterhaltsam Sondern auch ziemlich witzig ist Ich habe Patrick noch bevor wir unseren gemeinsamen Podcast aufgenommen haben Mal live auf der Bühne gesehen Und ich kann dir nur sagen Meinen Humor trifft er Ich habe lauthals gelacht Mit Essen erlaubt Hilft er dir dabei die Signale deines Körpers besser zu verstehen Hunger ist nicht gleich Hunger Satt ist nicht gleich satt Und seine These ist Dein Körper weiß wie gesundes Essen geht Ja warum hilft dir das Hörbuch beim dranbleiben Spaß und Lachen waren schon immer die besten Gefühlszustände Um etwas zu lernen Und genau das bringt dir Essen erlaubt Damit ist es das richtige Hörbuch für alle Den Ernährungsratgeber sonst zu steif sind Und die trotzdem lernen wollen Wie gesundes Essen mit und nicht gegen den eigenen Körper funktioniert Essen erlaubt kostet Gibt es auch als Printbuch 9,99 Euro Als Hörbuch 15 Euro Und du kannst es wenn du Audible Abonnent bist auch bei Audible bekommen Die nächste Empfehlung ist von Birgit Lichtenau Und nennt sich Feldenkreis Entspannter Nacken, bewegliche Schultern Ich weiß nicht wie es dir geht Aber die meisten Menschen in Deutschland arbeiten inzwischen im Sitzen Und wer im Sitzen arbeitet, sich stresst oder viel Auto fährt Der kennt das wahrscheinlich ziemlich gut Diese Verspannungen im Nacken und im Schultergürtel Normalerweise sendet unser Körper Signale Wenn wir zu lange in einer bestimmten Haltung verharren Und dann würden wir uns einfach mal strecken oder ein bisschen umherlaufen Die meisten Menschen haben allerdings genau das verlernt Sie nehmen die Signale des Körpers nicht mehr wahr Und deswegen reagieren sie auch nicht mehr richtig darauf Die Folge sind dann Verspannungen, Schmerzen und manchmal sogar Verletzungen Die Feldenkreis Methode schult die Wahrnehmung der Muskulatur und des Körpers Und trainiert gezielt deren Koordination Ja, bei Feldenkreis gibt es definitiv Parallelen zum Training der Mind-Muscle-Connection im Kraftsport Und die hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast Der Unterschied ist, dass die Feldenkreis Methode auch für diejenigen von uns bestens geeignet ist Die länger keinen Sport mehr gemacht haben und vielleicht gerade wieder einsteigen wollen Das Hörbuch besteht aus zwei halbstündigen Trainingseinheiten Die du auch meinetwegen nacheinander durchführen kannst Hilfsmittel brauchst du dazu nicht Du kannst sie also auch gut machen, wenn du vielleicht im Urlaub bist Warum hilft dir das Ganze beim Dranbleiben? Ja, wer viel sitzt, leidet trotz des Sports oft unter Verspannung im Nacken- und Schulterbereich Das Hörbuch der Feldenkreislehrerin Birgit Lichtenau hilft dir beim Entspannen der Muskulatur Schult die Wahrnehmung des Körpers und trainiert die Beweglichkeit Preis liegt bei 14,99 Euro Gibt es auch bei Audible und das Abo kriegst du ab 4,95 Euro im Monat Meine nächste Empfehlung ist ein Buch von Dr. Strunz Nennt sich Blut Die Geheimnisse unseres flüssigen Organs Es gibt ein Zitat, das ich ziemlich passend finde Und das lautet In den Wohlstandsgesellschaften von heute Sind die Menschen gleichzeitig überernährt und gleichzeitig mangelernährt Und das stammt von Sarah Wehner Blut ist Leben Wenn dein Blut gesund ist, dann geht es dir gut Aber wem lebenswichtige Vitalstoffe fehlen Der schwimmt immer mehr gegen den Strom Fängt sich sogar Infekte ein Fühlt sich ausgelaugt Vielleicht sogar depressiv Aber sobald die Lücken im Blutbild ausgeglichen sind Kommen Gesundheit und Glück zurück Sagt Dr. Strunz Und in seinem neuen Buch mit dem Titel Blut Erfährst du alles über dein flüssiges Organ Was es kann Was du für gesunde Blutwerte tun kannst Was Fette, Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe bewirken Und warum du all das brauchst Das Hörbuch verdeutlicht, warum fehlende Leistungsfähigkeit und fehlende Motivation Oft einfach mit fehlenden Stoffen im Blut zu erklären sind Dr. Strunz zeigt, wie jeder seine Blutwerte messen und optimieren kann Und vermittelt dadurch nicht nur Wissen Sondern er macht auch Mut Und diesen Mut macht er in dem ihm eigenen Manchmal auch ziemlich provokanten Stil Vor einigen Jahren habe ich selbst erfahren Welchen Effekt ein Vitaminmangel haben kann Und was passiert, sobald du optimal mit Nährstoffen versorgt bist Und seitdem optimiere ich selbst einmal im Jahr meine Ernährung anhand einer Blutmessung Und zwar auf die Weise, die Dr. Strunz auch in seinem Buch empfiehlt Was ich gut finde, ist, wie er die für sich genommen ja sehr komplexen naturwissenschaftlichen Zusammenhänge Gut verständlich erklärt und auch interessant erklärt Das Ganze ist so packend, dass ich das Hörbuch in zwei Tagen durch hatte Warum hilft dir das Ganze beim Dranbleiben? Wenn du die richtigen Nährstoffe zuführst Dann kann dein Blut dich schlanker, stärker, leistungsfähiger, glücklicher und gesünder machen Das klingt vielleicht erstmal nach Hokuspokus Ist aber nur Biochemie Das Buch von Dr. Strunz ist eine faszinierende Reise in dein rotes Lebenselixier Und außerdem erfährst du, wie du deine Blutwerte so optimierst Dass du dein volles körperliches und geistiges Potenzial ausreizen kannst Das gedruckte Buch kostet 18 Euro Hörbuch ist genauso teuer und das Ganze gibt es auch bei Audible Mein nächster Tipp ist ein Tipp für die von uns, die schon immer mal dachten Ach Mensch, eigentlich würde ich gerne mal laufen gehen Aber irgendwie liegt mir das nicht Es hat den Titel Du kannst laufen Das Buch, das jeden zum Läufer macht Und ist von Dr. Matthias Marquardt Ich weiß, es gibt Menschen, die stehen mit dem Laufen auf Kriegsfuß Und ich verstehe das deswegen gut, weil ich mein halbes Leben lang einer von diesen Menschen war Heute ist Laufen Teil meines Lebens Es macht mir Spaß Ich baue dadurch Stress ab Es ist für mich häufig auch Meditation Und es ist einfach eine Energiequelle, die ich nicht mehr missen möchte Wie wäre es, wenn du diesen Schritt auch schaffen würdest? Kannst du dir vorstellen, dass dir vielleicht irgendwann mal was fehlt, wenn du nicht laufen gehen kannst? Ich glaube, jeder Mensch trägt das Läufergen in sich Es muss nur aktiviert werden Und das Hörbuch des Internisten und Sportmediziners Dr. Matthias Marquardt Hilft dir dabei, diesen Schalter zu finden und umzulegen Es motiviert dich zum Dranbleiben und beantwortet so gut wie alles, was ein Laufeinsteiger sich so fragen könnte Zum Beispiel Wie findest du den richtigen Laufschuh und die richtige Kleidung? Was denken die Nachbarn, wenn du auf einmal in Laufklamotten vor der Tür stehst? Wie meisterst du deinen ersten Lauf? Wie gehst du mit Seitenstichen, Magenproblemen oder Krämpfen um? Und wie erlernst du die richtige Technik beim Laufen? Das sind nur ein Teil der Fragen, die er beantwortet Und dabei führt er dich Schritt für Schritt vom ersten Tag des Laufens bis zur 16. Woche zur Laufgewohnheit Und spätestens dann, nach 16 Wochen, bist du ein Gewohnheitsläufer und dann willst du auch noch mehr Meine These Warum hilft dir das Ganze beim Dranbleiben? Nun hier sind wir beim Kader-Markt-Formel, beim Kardiotraining Und genau das hilft dir beim Fettabbau, beim Stressabbau und es trainiert dein Herz-Kreislauf-System Unter den Ausdauersportarten ist Laufen ein ziemlicher Kalorienfresser Und wenn du dann auch Spaß am Sport entwickelst, dann hast du doch gewonnen Das Buch Du kannst laufen hilft dir dabei, die größte Hürde zu überwinden Und zwar den Anfang zu schaffen und eine Gewohnheit zu entwickeln, die dir Freude macht Das Buch kostet 17 Euro, das Hörbuch gibt es sogar schon für 10 Euro Und bei Audible kriegst du es noch günstiger Meine nächste Empfehlung ist von Brian Tracy, den hatte ich ja eingangs schon mal erwähnt Und dieses Hörbuch nennt sich Ziele setzen, verfolgen und erreichen Für mich bedeutet Erfolg, du setzt dir Ziele und dann erreichst du diese Ziele Und deswegen beginne ich in jedem Fitnesscoaching auch mit der Frage, was ist dein Ziel Auch wenn ich nach Tipps zum Training oder zur Ernährung gefragt werde, dann kommt es ja vor allem erstmal darauf an, welches Ziel jemand verfolgt Man sagt ja auch, wenn das Ziel nicht klar ist, dann ist jeder Schuss ein Treffer Ich habe Brian Tracy ziemlich viel zu verdanken Zum Beispiel, dass ich angefangen habe, mir in allen Lebensbereichen ganz bewusst Ziele zu setzen Und ich bin nicht sicher, ob es Marathon Fitness und ob es diesen Podcast ohne Brian Tracy überhaupt geben würde Denn der hat mich damals vor 10 Jahren ziemlich geprägt Und ja, ich habe eben angefangen, mir Ziele zu setzen in vielen Bereichen Wenn du mein Buch gelesen hast, Looking Good Naked, dann hast du dich sicher auch mit dem Thema mentales Training schon beschäftigt Und wenn dich das Thema so fasziniert wie mich, dann empfehle ich dir dieses Hörbuch zum Thema Ziele setzen und erreichen Dabei bekommst du einen ziemlichen Rundumschlag vom eigentlichen Setzen der Ziele Über die wichtige und oft auch übersehene Frage der eigenen Werte Bis hin zum Umgang mit Rückschlägen Denn ganz häufig läuft das Ganze eben nicht so ab, wie man das gerne geplant hätte Die Lage ändert sich, die Rahmenbedingungen ändern sich und auch das soziale Umfeld spielt eine Rolle Und all das deckt er mit seinem Buch ab Warum hilft dir das Ganze beim Dranbleiben? Nun, nackt gut aussehen ist ja kein Zufall Ohne Ziele gibt es kein Dranbleiben Und in Brian Tracys Hörbuch Ziele Lernst du die Grundlage des mentalen Erfolgstrainings kennen und umsetzen Das Ganze gibt es, soweit ich weiß, nicht als Printbuch, aber als Kindle für 13 Euro Das Hörbuch kostet regulär 22 Euro und das Ganze gibt es auch bei Audible Ja und damit sind wir auch am Ziel der heutigen Folge Was ist mit dir? Liest du noch oder hörst du schon? Beides, wenn es dir geht wie mir Denn Hörbücher geben dir mehr Freizeit, während du langweiligen Routinetätigkeiten nachgehst Und als ich das Medium Hörbuch für mich entdeckt habe, war ich erstaunt, wie viel Zeit ich plötzlich hatte, um täglich mehr neue Dinge zu lernen oder einfach einer schönen Geschichte zu lauschen Wenn ich Hörbücher höre, dann fühle ich mich manchmal in meine Kindheit zurückversetzt Wie früher, als deine Eltern dir noch Geschichten vorgelesen haben Und vielleicht konnte ich dich mit der heutigen Folge dafür begeistern, dir deine Bücher einfach mal wieder vorlesen zu lassen Nicht jedes Buch ist zum Zuhören geeignet oder gar als Hörbuch erschienen Aber ganz schön viele Und die, die du heute kennengelernt hast, das sind 11 meiner persönlichen Favoriten Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass es eine etwas andere Empfehlungsliste ist Als der Begriff Fitness-Hörbücher vielleicht vermuten lassen würde All diese Bücher helfen dir dabei, nackt gut auszusehen Jedes auf seine Weise Vielleicht gefallen sie dir Dein Feedback interessiert mich Geh einfach in die Shownotes auf www.marathonfitness.de Schrägstrich Podcast Und dann auf die Folge 150 Und in den Kommentaren interessieren mich ja deine Tipps Hast du vielleicht andere Buchtipps und Hörbuchtipps Und dort findest du auch Empfehlungen von anderen Zuhörern und Lesern meines Blogs Eine Sache habe ich noch Ganz zum Ende erstmal möchte ich dir ganz herzlich Danke sagen Dass du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst Und ich hoffe, du nimmst auch ein bisschen was mit aus diesem Podcast Die nächsten fünf Folgen bekommst du von mir Best-of Folgen Ich habe dir aus allen Fitness mit Marc Folgen meine persönlichen Favoriten rausgesucht Ich werde die nächsten fünf Wochen nutzen Nächste Woche mit dem M Dem mentalen Training Die Woche darauf mit der ausgewogenen Ernährung Dann reden wir über richtiges Krafttraining Und in der vierten Woche über Kardiotraining In der fünften Woche habe ich noch ein spezielles Thema rausgesucht Das alle vier Bereiche betrifft Diese Fitness mit Marc Folge wurde dir präsentiert von Audible Dort findest du über 150.000 Hörbücher Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr Im Abo bei Audible bekommst du jedes Hörbuch für nur 9,95 Euro Auch wenn es regulär 70 Euro kosten würde Als Fitness mit Marc Hörer bekommst du das Abo sogar zum halben Preis für 4,95 Euro pro Monat Und zwar für die ersten sechs Monate Geh dazu auf fmmbuch.de und sicher dir den halben Preis für ein halbes Jahr Dort findest du auch Tipps welche Fitness Hörbücher ich empfehle Das Angebot gilt nur wenn du auf fmm wie Fitness mit Marc also fmmbuch.de gehst Cool dass du bis jetzt dran geblieben bist Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner Die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte Schick mir eine Mail an Podcast at Marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos Findest du unter Marathonfitness.de Schrägstrich Podcast Und da findest du auch Links wie du mich über Twitter über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen Dann solltest du das schleunigst ändern Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt Du kannst ganz einfach abonnieren indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren Wenn dieser Podcast dir gefällt dann kannst du auch was zurückgeben Geh auf iTunes gib mir deine 5 Sterne Bewertung und schreib was Nettes Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein versprochen Der Punkt ist der mit deiner Bewertung hilfst du dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen denen diese Infos auch helfen könnten um ihren Körper zu verbessern um nackt gut auszusehen Denn das beste Kompliment das du mir machen kannst ist eine Empfehlung an jemand anderen Der Punkt ist ein gutesiges Schwerpunkt Der Punkt ist ein gutes Schwerpunkt Aber das ist ein gutes Schwerpunkt Ich werde dir auch noch ein gutes Schwerpunkt Wie vielleicht bist du da und nicht in deinem Raum